Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. 7 Personen haben in diesem großen silbernen 5-türigen Bindplatz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 42.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Stimminais Mäten Stimminais D Mäten Bis zum nächsten Mal.